und ab in den roten bullen und wir sind jetzt in spa und warum habe ich meine koffer auf obwohl ich sie nicht braucht keine ahnung weil baum ja und wir sind heute in spa im freien training und wir fahren einfach das ziel okay die weiche mich und tropen nicht um mich um mich um so 85 prozent nicht von der ideallinie weg und das probieren wir jetzt auch 26 das müssten wir eigentlich schaffen mit unserem schönen scoria ferrari wenn ich nicht so scheiße fahr als spa ist nicht die strecke einfach zu lang deswegen wird's voll die fein auch nur maximal drei runden geben 100 prozent auf der ideallinie bin ich momentan ich weite ich weiß es wird sich noch ändern ja vom teufel sprich das ist so schick aus so die nächste sind ich habe jetzt 96,4 prozent ideallinie das ist gut momentan eine runde hier ist der zweite sektor wieder weiter weg von der ideallinie ist aber immer noch im rahmen gut ich habe gerade gedacht ich habe verkackt da ist und dann gleich ein bisschen nach links hat jemand auch spaß zu fahren oh ich packe ich locker die zeit das ist nur eine runde gut gut dann brechen wir die session ab gucken auf welchen platz wir gelangen auf platz eins läuft gut gemacht platz eins ganz stark vier sekunden schneller und das freut mich dann bis zur bis zum kur bis zum